Darf ich den mitnehmen? Nein! Oh, guck mal wie er sucht! Guck, der lebt noch. Also darfst du den nicht mitnehmen. Wie er sich's ansaugen will. Ja, du gehst ja mal wieder ins Wasser, sonst erstickt er. Was findet er sich an meiner Hand saugt? Der saugt, wie soll er sein? Kannst du ihn muggeln oder so? Ist er nicht wahr? Oder nicht gut? Nee, gut. Guck mal wieder zurück in deinen Platz. Ja, aber so ein Seesternhaar.